Okay. Oh, schieb ich schon unten. Ich habe vorher nichts gesehen, irgendwie halt im Militationsverspannung. Genau. Da kommt schon okay. Dead. Dead, dead, dead. Dead, dead, dead. Marek? Dead, dead. Ich höre es nur. Ist nicht von mir. Leitz geht über die Täter City, das ist B4. Ihr seid da eigentlich falsch. Jetzt seid ihr schon drüber. Die Jungs, die Rest haben sich bei Charlie 3. Wir sollen uns einmal durch. Wir stehen wieder auf B3. Okay. Ich damit euch mal in eine Position. Wir sind direkt bei uns. Okay. Dann wartet ganz kurz. Sammeln, sammeln, sammeln. Rovell ist unser First Target. Dann würde ich sagen, rein, nicht rückwärts. Selbstmik bitte für. Jungs, seid ihr alle da? Dann rückt rein. Nehmt euch ein Handwerk und First raus. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ich will im Primern, Stormcrow mitten unter uns, Gustav. Gustav Stormcrow hinten geöffnet. Jungs, rein, 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 rein. Nicht zurückhalten. Geht da rein. Gimini kümmert sich um die Lights. Ich hab was am Rücken. Nehmt die Stormcrow, jetzt send ich raus, ist sie weg. Gut. Gustav Stormcrow, Gustav Stormcrow, hinten geöffnet. Stormcrow down. Dann, äh, wie sieht's aus? Stormcrow down, nehmt den Idaho-Battlemaster. Idaho-Battlemaster steht ja da. Und dann, äh, wie sieht's aus? Und dann, äh, wie sieht's aus? Und dann, äh, wie sieht's aus? Gimini kümmert sich um den Firestarter. Der Rest sammelt sich nochmal in der Ridge. Ich bin down. Idaho-Battlemaster, Idaho-Battlemaster, hinten geöffnet. Albiard down, jetzt den Griffin. Versuch den Griffin reinzukriegen. Chorica, geh auf Ida. Ich find's hier nix. Ich block den Thunderbolt. Ansonsten, ich will den Primern. Den Griffin. Kriegt der den down? Griffin down? Ich mein' mich. Was? Das war etwas viel Chaos. Ja. Die hinterher zu schnell über die Ridge gerutscht. Ja, die standen auch schon direkt dahin, haben gewartet, dass sie rüberkommen. Ja, die wollten das gleiche machen. Der Top-Dock ist hier total offen. Ich bohren hier drüber auf. Du räumst jetzt auf. Sehr schön. So. Vielleicht krieg ich den Top-Dock noch. Ich weiß nicht, der hat aber wahrscheinlich keine XL. Wahrscheinlich nicht. Scheiße.